Hey ho meine Freundin der Dunkelheit, ich bin Sarajan und nun ja, es wird endlich wieder Zeit für eine ultimative Bewegung, diesmal mit Zell. Und was ist passender als das Son Kamehameha gegen Team Gohan anzuwenden? Ja, letzte Episode war das Vater Son Kamehameha und jetzt das Son Kamehameha gegen ihn. So, Kämpfer bei Son Goku heißt die Mission, ich glaube das müsste 31 sein, also Mission 31. Und statt 3xC18 dachte ich mir, versuche ich jetzt mal als Partner Whis dazu zu haben. Vielleicht klappt das ja jetzt besser. So, und natürlich müssen wir Team Gohan als letztes ausschalten. Als allererstes schön volle Kraft von mir aus. Autsch, Autsch, Au, ey, 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 ganz, aua, böse. Fliegt dann erstmal, wir wollen nämlich erstmal natürlich die Genki-Anzeige füllen, bevor dann der Ultrasire-Gym Team Gohan kommt. Ich meine, wir könnten die Runde auch so bänden, dass Team Gohan nicht unbedingt kommen muss. Aber ich möchte das gerne wieder einsetzen. Aua! Ah, ich kann ja ruhig Kräfte kombinieren machen. Ich glaube, das ist angenehmer. Und, kriegen wir eine Max-Kette hin? Schade. Aber es ist nicht schlimm. Dann bringen wir ihn halt weiterhin zum Fliegen. Team Gohan. Können wir ja eh noch nicht angreifen. Aber das kommt ja noch früh genug. Habe ich ihn getroffen? Wäre witzig. Auf jeden Fall hat er geschrien. Und da liegt er schon am Boden wieder. Max-Kette ist uns gelungen. Aber es ist noch lange nicht zu Ende. Goddammit. Wie machen die das? Ich will das auch kennen. Goddammit fliegt doch hin. Fliegen sollst du, habe ich gesagt. Hm. Katze ihn. Können wir überspringen. Kennen wir ja alle schon. So. Nein, Cyborg. Wie geht das? Dach, dach, dach. Bingo. Den greifen wir zuerst an. Immer noch Kräfte kombinieren, bitte. Ich könnte jetzt schon meine ultimative Bewegung einsetzen. Ist ja schwer interessant. Aber nein. Ich will das gegen den Ultra-Syre-Argenting-Goran anwenden. Wieso bereue ich diese Entscheidung jetzt schon? Egal. Ich... Zack, stirb. Schade. Da fehlt noch ein bisschen, bis er wirklich stirbt. Und Bingo. Haben wir es. Das Team Gohan? Nein. Den erlegen wir noch nicht. Da ist Trunks erstmal. Komm schon. Boom. Irgendwie mehr oder weniger getroffen. Komm schon. Ja. Ist mir noch die Jagdtechnik gelungen. Da freue ich mich gerade voll. Und... Teleportation. Hi. Flieg, Trunks. Flieg. Überlass das mal ein bisschen mir. Halt mich ruhig ein wenig. Das wäre echt korrekt. Komm her. Geht doch. Ah, das ist ein kleiner Trick, den ich rausgefunden habe. Da... Gut, irgendwann fliegen die zwar weg. Aber... Du kannst hier eine nette Kombo so machen. Gegen Amfänger sehr effektiv. Aber ich glaube, professionelle Spieler oder professionelle Bots können den ganz leicht standhalten. Oder ausweichen sogar. Oder kontern. Ach, I don't know. Aber gegen so viel funktioniert das wunderbar. So... Na gut. Ist eher eine Vigings-Taktik, aber was soll's. So, jetzt kann ich erstmal... Nein, noch nicht. Jetzt kann ich durchziehen. Erledigt. Dann wollen wir uns um C16 kümmern. Kräfte kombinieren. Lass Team Gorn in Ruhe, Mann. Kame. Kamera. Und... Schade. Warte, warte. Ah, ich glaube, der ist schon tot. Ja, der ist schon tot. Na gut. Überlass das mir. Wir warten noch. Wir warten noch. Komm schon. Ultras-Einchen-Gohan. Ich weiß, du willst es. Komm her. Die K-10... Mach ich nicht weg. Ich will's sehen. Ich will's spüren. Komm schon. Yeah. Hahaha. Love so shit. Da ist er. Da ist er. So, Leute. Das bedeutet für uns jetzt volle Kraft. Oh, Feuer. C18. Ich will's denn retten. Wunderbar. Nein. Komm schon. Alter. Ich will ihn zum Fliegen bringen. Oder... Ups. Upsala. Scheiße. Jetzt habe ich aus Versehen das angewendet. Hahaha. Das wollte ich nicht. Ich wollte eigentlich meine ultimative Bewegung schon anwenden. Aber... Dann mache ich sie halt jetzt. Upsala. Jetzt habe ich ihn gar nicht weggeschlagen gehabt. Hahaha. Egal. Kein Problem. Volle Kraft. Hoffentlich gelingt uns das. Oh nein. Er hat mich im Fokus. Irgendwie. Halt mich. Mit überlass das mir oder so. Hoffentlich ist das eine gute Strategie. Das letzte Mal hat es ja ganz gut funktioniert. Aber jetzt sieht das doch eher knapp aus. Komm schon. Halt mich. Halt mich. Halt mich. Komm schon. Mamac Potter. Nein. Nochmal. Das Ganze nochmal von vorne. Aber kein Problem. Mir fällt aber jetzt gerade ein. Das war doch ein Fehler. Wies, ein Team zu haben, weil er ist ja bei mir noch nicht auf Kompartner Level 10. Das habe ich voll vergessen gehabt. Aber es hat ja doch ganz gut funktioniert. Das war ja eine wirklich knappe Geschichte. Versuchen wir es einfach... Aua. Aua. Goku. Das Damage. Böse, Junge. Oh. Da habe ich mich auch zu sehen zu Team geworden, weiter teleportiert. Oh, komm schon, hau doch nicht ab. Das ist dahinterhin schon wieder. Komm, äh. Habe ich gesagt. Erktechnik. Wenn das diesmal wieder nicht klappen sollte, dann packe ich Wies erstmal weg. Und packe ein Kom-Rang-Partner Level 10 mit rein. Ist, glaube ich, effektiver. Goddammit. Schummel. Jetzt flieg endlich. Flieg weiter, flieg weiter, flieg weiter, flieg weiter. Natürlich nicht. Äh. Komm her, Goku. Spüre meinen Zorn. Geht doch. So, wer geht da? Flieg. Ja, flieg dann nochmal. Schade. Und... Boom. Das hat leider nicht so viel Damage gemacht. Oh. Gut gemacht. Komm, ich wähle auch, ich wähle auch, ich wähle auch. Ich spamme jetzt einfach mal die Dreieck-Tasse. Ah, es ging nicht weiter. Schade. So, das ultimative Juwel könnte ich jetzt auch schon anwenden, aber ich will es unbedingt gegen Ultra-Sarjantin-Goran schaffen. So wär's doch voll langweilig. Goddammit, flieg doch nicht weg. Ich dachte, ich könnte eine höhere Kombo machen. Wie mein Maximum war mein Lab-Kombo 40. Kann man echt eine geile Kombo mitmachen. Wie man sieht, die steigt permanent an. Äh. Bisschen zu früh oder zu spät. Äh, ich weiß nicht, wann man aufhören sollte zu schlagen, um eine gute Kombo hinzukriegen. Da fliegt der schon wieder, verdammt. Egal. So. Boah. Nein, nicht 16. Auch nicht Tinguon. Wo ist Trunks? Da ist Trunks. Komm her. Dadadam. Flieg erstmal eine Runde. Auch wenn das ein bisschen weniger Damage macht. Oder zu schein. Obwohl, doch. Geht eigentlich voll. Na, C16. Willst du mich angreifen? Ist ja süß. Autsch. Nochmal das. Komm her, mehr. Trunks. Scheint erledigt zu sein. Und. Komm her, C16. Was passiert eigentlich, wenn ich C16 gleich umhaue? Ey, eine Sikronisierung. Meine ultimative Bewegung benutze. Und dann die Katz hinkommt. Ehrlich gesagt, das werde ich gleich mal ausprobieren. Warum nicht? Just for fun kann man doch mal... riskieren. Oh. Okay, scheint nicht zu gehen. Ich kann die nicht aktivieren. Wurde also kurzzeitig jetzt hier deaktiviert. Halt mich mal. So. Alles klar. Volle Kraft. Oh, Tinguon fliegt schon. Wunderbar. Dann... versuche ich mein Glück. Noch hat Tinguon mich nicht im Fokus. Das gefällt mir doch. Aber jetzt hat er mich im Fokus. Ach du Scheiße. Der haut schon krassen Damage auf mich ein. Leute, halt mich, halt. Halt mich, halt mich, halt mich. Oh, das wird nix, 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 das wird nix. So Leute, wir sind wieder da Ich habe mit einem kleinen Cut hier angefangen Aus dem Grund, dass man den Anfang nicht immer ständig zeigen muss Das kennen wir ja nur zu genüge Und diesmal habe ich Berus und Wies in meinem Team Vielleicht habe ich jetzt ein bisschen mehr Glück Wenn nicht ein paar Nahkämpfer auch in meinem Team haben Die Tinguan mir vom Hals schaffen Fokus auf Verteidigung Beziehungsweise konzentriert euch mal den Fokus auf mich bitte Leute Oder Fokus auf Verteidigung, vielleicht noch besser Goddammit Dann will ich zu ihm hin, um ihn wegzuschlagen Und dann klappt das nicht Oh, nein Hm Dann halt mich mal bitte Das wäre echt Choral von euch Komm schon Komm schon Nein, er hat mich im Fokus Er hat mich im Fokus Lauf, lauf Oder flieg, flieg Nein Komm schon, komm schon, komm schon Und halt mich, halt mich Ich will mit Full Life da rangehen Ah, er fokust mich nicht mehr, oder? Ne, sieht nicht danach so aus Das ist doch schon mal gut 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 C18 Ich belebe mir mal fix wieder Ich denke mal, ich habe genug Leben Versuchen wir mal unser Glück Komm, Mann Flieg doch einfach Geh doch Oh, und auf volle Kraft Einfach Gottverdammt Die Gohan hat mich schon im Fokus Das ist doch nicht wahr Also Haltet mir diese Pistenicke von Leib Macht was Die stehen da nur blöd rum Ja, Berus Nein, Berus Nicht mehr viel Haltet die Pistenicke auf Nicht mehr viel Nicht mehr viel Nicht mehr viel Ja Entschuldige, dass du warten musstest Ja, im wahrsten Sinne des Wortes Oh Ja Finalee nach Unendlichen, gefühlten Versuchen Oh Endlich geschafft Junge, Junge, Junge Ja, das war Zaison Kamameha Die ultimative Bewegung mit ihm haben wir also hinter uns Dann Heißt es wohl Sehen wir uns in der nächsten ultimative Bewegung wieder Bis denn Vorher aber nochmal gucken Was ich so für Karten kriege Einfach so Aus Neugierde Ja, zerrt ran Wie erwartet Okay, nichts Neues Aber das scheint ganz gut zu klappen Wenn ich auch Einen Nahkampftyp bei mir habe Aber, naja Bis zum nächsten Mal Ciao Bis zum nächsten Mal